hey wie soll es kommen hier und lasst uns nicht weiter um den heißen brei herum reden ja dieser kanal nostara fakt ist leider tot eigentlich wollte ich so ein melancholisches abschiedsvideo zusammenschneiden aber im grunde ist der kann ich wirklich tot er zieht einfach nur um ich habe hin und her überlegt seit monaten ob ich irgendwie was neues machen kann neu anfangen oder so mit nostarafo tv aber auf dem hauptkanal da klebt einfach so viel dran das konnte ich nicht machen deswegen geht es auf dem hauptkanal ganz normal weiter aber neu anfangen will ich trotzdem denn auf youtube sind alter kanäle nun einfach mal im nachteil durch abo leichen sinkt interaktion dadurch wird durch den algorithmus wieder das video immer schlechter gelistet leute sehen es nicht das erzähle ich jetzt auch schon seit einigen monaten und deswegen ein neu anfangen im grunde jedes video was ihr hier jetzt gesehen hättet wird in zukunft auf dem neuen kanal hochgeladen und noch mehr ich habe neue formate feste videos jeden mittwoch gibt es ein neues video das steht fest und ich denke das gefällt euch allen was da kommt internet arzt zum beispiel kommt ganz viel das kam ja hier auch ganz gut an und ich habe mir auch extra ein soft light gekauft hier was da heißt fenster damit meine haut im gesicht schön aussieht wie so ein baby popo das ist wichtig für die zuschauerbindung und ich habe so ein bisschen den ansatz auf diesem neuen kanal von anfang an den youtube algorithmus und kein wenig ohne ich ums maul zu schmieren deswegen wäre es super sweet wenn ihr dann vorbeiguckt wenn ihr da bock drauf habt was ich euch allen empfehlen würde dann aktiviert doch gleich diese freudige glocke und stellt ihr auf immer benachrichtigungen und so dass ihr die videos alle seht und interaktion mit den videos ist super toll ich hasse das alles zu sagen aber ich will es bei diesem neuanfang einfach mal versuchen das ist ja auch gerade noch ein bisschen so real talk in zukunft rede ich da eher sarkastisch drüber aber fakt ist dass es auf jeden fall hilfreich ist und ich würde mich freuen wenn ihr mal vorbeischauen da gibt es jetzt auch schon zwei neue videos ein neues format ich hasse mein leben lp wo auch ein paar leute schon drauf gewartet haben so kurz zusammengeschnittene ach guckt euch einfach an supergeilen neuen song gibt es auch über die gute baby von babys beauty palace und das internet richtiger hit finde ich den text ganz toll schauen doch gerne mal vorbei und wenn es euch gefällt ich kotze das genau das was ich nicht machen wollte aber vielleicht funktioniert es ja und wenn nicht habe ich dann auch keine ausreden mehr auf jeden fall danke für die aufmerksamkeit auf wiedersehen mostrar fakt und willkommen der neue kanal der heißt robin osterafu wow den hattest du doch schon mal jetzt hast du dir noch mal gemacht bist du dumm ja habe ich halt es gab keinen besseren titel und klar steht da jetzt irgendwie mein name aber die anderen gibt es auf jeden fall auch noch zu sehen die werden da auch ihren platz finden aber ich dachte es passt einfach ganz gut und ja schaut gerne vorbei und dankeschön tschüss alter franz hat voll geklappt man voll neues klick viel generiert die werden jetzt alle auf den kanal gehen scheiß auf war halt ich brauche promi flash wie macht die eisenbahnen die